Nachdenkseiten Die kritische Website Stimmen aus Lateinamerika Die Rückkehr einer selbstbewussten dritten Welt Ein Artikel von Juan Pacimino Zepeda mit freundlicher Genehmigung von Amerika21 Die Grundsätze der Souveränität und Unabhängigkeit werden heute in einer multipolaren Welt erneuert. Afrika ist ein riesiger Kontinent mit 54 souveränen Staaten. Lateinamerika und die Karibik haben die gleiche Anzahl von Staaten, wenn man die vielen Inseln in der Region berücksichtigt. Auf beiden Kontinenten gibt es jedoch noch Gebiete, die von den früheren Kolonialmächten abhängig sind. Die Unabhängigkeitskriege in Lateinamerika begannen Anfang des 19. Jahrhunderts und die neuen Staaten wurden schließlich zu Präsidialrepubliken. Brasilien war zeitweise ein Kaiserreich und Mexiko hatte zwei kaiserliche Phasen. Kuba erlangte seine Unabhängigkeit erst 1898. Aber Puerto Rico, das ebenfalls befreit wurde, geriet in die Abhängigkeit von den USA und wurde zu ihrem sogenannten frei assoziierten Staat. Afrika hingegen war ein riesiges Territorium mit einer versklavten Bevölkerung aus einer langen Geschichte. Im kapitalistischen Zeitalter weckte es das große Interesse Europas, so dass auf der Berliner Konferenz von 1884 bis 1885 seine Aufteilung beschlossen und damit die imperialistische Expansion Europas eingeleitet wurde. Die Unabhängigkeit der afrikanischen Kolonien erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg und die Dekolonisierung dauerte bis Mitte der 1970er Jahre. Lateinamerika und die Karibik behielt seine formale Unabhängigkeit. Die im 19. Jahrhundert entstandene wirtschaftliche Abhängigkeit von Europa und insbesondere von England ging im 20. Jahrhundert auf der Grundlage der Monroe-Doktrin an die USA über. Im Schrifttext finden Sie an dieser Stelle eine Verlinkung auf einen weiteren Artikel von Amerika 21 mit dem Titel Die Monroe-Doktrin – totgesagte Lebenlänge Die Monroe-Doktrin ist seit fast 200 Jahren ein Eckpfeiler der Außenpolitik der USA. In Lateinamerika gilt sie als Wahrzeichen des US-Imperialismus. Ende des Titels Lateinamerika und die Karibik und vor allem Afrika sind Regionen, in denen der europäische Kolonialismus die historischen Strukturen der Unterentwicklung, der Armut, der Abhängigkeit und der tiefen sozialen Spaltung geprägt hat, die durch die Dominanz privilegierter und wohlhabender Eliten im Innern charakterisiert ist, während die Mehrheit der Einwohner in Armut und Ausgrenzung lebt. Afrika ist der Kontinent mit der größten Ungleichheit und Armut und Elend in der Welt. Lateinamerika und die Karibik die Region mit der größten Ungleichheit auf der Welt. Die Ausplünderung der Ressourcen, die direkten Interventionen der Mächte zur Durchsetzung ihrer Interessen, das brutale Eindringen ausländischer Unternehmen, die nach den Minen und vielen anderen reichen Ressourcen der verschiedenen Regionen gieren, die politische Unterordnung oder die unmenschliche Ausbeutung ihrer Bewohner, waren gemeinsame Merkmale in der Geschichte Lateinamerikas, der Karibik und Afrikas unter dem Kolonialismus und während der Ära des industriellen und imperialistischen Kapitalismus Europas und der USA. Diese widrigen Umstände begannen sich ab der Nachkriegszeit zwischen Fortschritten, Stagnation und Rückschlägen zu ändern. Die Konferenz von Bandung im Jahr 1955 kann als Ausgangspunkt für die Entstehung der sogenannten Dritten Welt angesehen werden, die nicht nur Unabhängigkeit und Souveränität, sondern auch die Nicht-Anbindung an einen der beiden damaligen Weltblöcke forderte, den Kapitalismus mit den USA als Hegemon und den Sozialismus mit der UdSSR an der Spitze. Afrika zählte jedoch stets auf die Unterstützung und Verteidigung seitens der UdSSR bei den Entkolonialisierungsprozessen. Die kapitalistische und transnationale Globalisierung der Welt nach dem Zusammenbruch des Sozialismus sowjetischer Prägung brachte eine komplexe Ära mit vielfältigen wirtschaftlichen Auswirkungen für Lateinamerika, die Karibik und auch für Afrika, wo eine regelrechte Rekolonialisierung stattfand. In Lateinamerika erwiesen sich seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Eindringen des Neoliberalismus und die Rolle des IWF als katastrophal. Es wuchsen aber auch die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, China und anderen Ländern und Regionen langsam an, einschließlich der noch spärlichen Verbindungen zwischen Lateinamerika, Karibik und Afrika. Inmitten der Globalisierung hat dies unweigerlich den antiimperialistischen, antikolonialistischen und souveränen Aufstieg Afrikas und Lateinamerikas der Karibik ausgelöst. Unter den gegenwärtigen Bedingungen, in denen der historische Aufstieg Russlands und vor allem Chinas sowie regionaler Gruppierungen und Bündnisse wie BRICS unaufhaltsam geworden ist, musste sich die westliche Hegemonie ändern. Und eine multipolare Welt nimmt Gestalt an. Die sogenannten Altenmächte bemerken das Phänomen. Die USA versuchen, auf den Pfad der Monroe-Doktrin zurückzukehren, während Europa versucht, sowohl mit Lateinamerika, Karibik als auch mit Afrika wieder eine Annäherung zu erreichen. In der Zwischenzeit ist es Russland gelungen, seinen Einfluss insbesondere in Afrika auszuweiten, während China seinen Einfluss dort und in Lateinamerika rasch ausbaut. Auf dem jüngsten Gipfeltreffen der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten CELAC und der Europäischen Union EU am 17. und 18. Juli 2023 wurde eine im Schrifttext verlinkte Abschlusserklärung vereinbart, in der Sklaverei und Sklavenhandel einschließlich des transatlantischen Sklavenhandels als abscheuliche Tragödien und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt werden. Aber auch auf dem zweiten Russland-Afrika-Gipfel, der am 27. und 28. Juli stattfand, heißt es in der im Schrifttext verlinkten Abschlusserklärung eindringlich die Vollendung des Prozesses der Entkolonialisierung Afrikas fördern und die Entschädigung für die wirtschaftlichen und menschlichen Schäden anstreben, die den afrikanischen Staaten infolge der Kolonialpolitik zugefügt wurden, einschließlich der Rückgabe von Kulturgütern, die ihnen im Zuge der kolonialen Enteignung geraubt wurden. Auf dem CELAC-EU-Gipfel wurde keine Einigung hinsichtlich der Verurteilung Russlands für den Krieg in der Ukraine erreicht. Der Afrika-Gipfel erkannte die historische Unterstützung Russlands für die antikoloniale Sache an, drängte aber auf einen konkreten Plan zur Vermittlung des Friedens in der Ukraine. Die Kritiken mehrerer afrikanischer Staats- und Regierungschefs am Westen waren deutlich und sogar radikal. Die afrikanischen, aber auch die lateinamerikanischen und karibischen Länder sind nicht einverstanden mit der Fortsetzung einseitiger Sanktionen. Die CELAC konnte durchsetzen, dass in der Erklärung die Blockade Kubas abgelehnt wird. Für Afrika und auch für Lateinamerika-Karibik sind sowohl Russland als auch China keine feindlichen Mächte, sondern bieten sinnvolle Möglichkeiten und wirtschaftliche Instrumente zur Förderung der Entwicklung, wie etwa mit dem Abkommen über Energie, Kommunikation, Infrastruktur, Kredite und Investitionen, die in Zukunft verstärkt werden sollen und die in den beiden Kontinenten, die den globalen Süden repräsentieren, in unterschiedlicher Ausprägung bereits vorhanden sind. Diese Prozesse des globalen Wandels werden in den politischen Debatten noch nicht stark genug berücksichtigt. Länder wie Ecuador, deren Rückschritte in diesem Bereich bemerkenswert sind, haben eine Regierung, die immer noch an die neoliberale und libertäre Ideologie sowie an Freihandelsabkommen zum Wohle der Wirtschaftseliten glaubt, ohne sich um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung zu kümmern, die sich in den letzten sechs Jahren verschlechtert haben. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in mehreren lateinamerikanischen Ländern wurden diese Themen nicht angesprochen. Die Stärkung der dritten Welt auf Grundlage von Annäherungen zwischen Lateinamerika, Karibik und Afrika sollten angegangen und gefördert werden. Um die Konsolidierung der Grundsätze der Souveränität und Unabhängigkeit zu gewährleisten, die heute in einer multipolaren Welt erneuert worden sind. Der Autor Juan José Pacimino Zebeda kommt aus Ecuador und ist Historiker und Autor. Die Übersetzung für Amerika 21 stammt von Klaus E. Lehmann. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir refinungen und alle Einzelnen. Ihr Either Vai, oder Du, oder du oder du oder du. Musik Vielen Dank.